Musik Volksentscheid bundesweit! Volksentscheid bundesweit! Volksentscheid bundesweit! Wir stehen jetzt hier vor dem Deutschen Bundestag und hier drüben vor der Parlamentarischen Gesellschaft, weil in Kürze die ersten Gespräche stattfinden werden zwischen SPD, CDU und CSU. Und heute wird erstmal entschieden, ob es eine große Koalition gibt oder nicht. Und wenn es eine große Koalition geben wird, wird es in jedem Fall darauf ankommen, ob die SPD das Thema Volksentscheid mit auf dem Schirm hat und so nach vorne trägt, dass in der nächsten Legislaturperiode Volksentscheid eingeführt werden. Volksentscheid bundesweit! Volksentscheid bundesweit! Volksentscheid bundesweit!